Applaus 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 Einmal ein bisschen aus dem Spielform wieder zurück, steht der Daniel Geist aus dem Bau, der war wunderbar, bestelliger Trigger in Eifel. Mein Papa, Andreas Auer, hat in Würzburg den ersten Sieger gespielt, der kam jetzt vom TGC Main 1, und das ist der neue große Sieger zurück am Würzburg und der Gnader im DGC, die ist Würzburg. Jede Gnader haben auch nicht vor dem Spiel gespielt und vielen Dank dabei, weil er steht auch viel Wohlstand. Ich nehme die Kalli-Aber-Lengen und viel Loben. Das Spiel wird geleistet von Herrn Ulricha, dem auch J.D. Allmann, und Frau Kallel, das ist die guten Sprechung. Vielen Dank.